Energie wird zunehmend regenerativ und dezentral erzeugt und sie fluktuiert. Um Blackouts zu verhindern und Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müssen die einzelnen Teilnehmer des Energiesystems intelligent miteinander vernetzt werden. Genau hier setzen die Lösungen von WAGO an. Damit Netzbetreiber mehr Transparenz in ihr Netz bringen und es widerstandsfähiger machen können, messen, steuern und regeln WAGO-Technologien und zwar direkt in der Ortsnetzstation. Das verbessert nicht nur Netzführung und Netzbetrieb, sondern zeigt auch, wo Netzausbau sinnvoll und notwendig ist. Wir unterstützen dabei, erneuerbare Energien in das Verteilnetz zu integrieren. Durch den zertifizierten Baustein für EZA-Regler von WAGO gelingt es, zum Beispiel Solar- und Windparks, einfach, schnell und netzkonform anzubinden. Speziell für Windparks bietet WAGO auch Vogelschutzsysteme, um Naturschutz und CO2-neutrale Energieerzeugung in Einklang zu bringen. WAGO-Technik steckt zudem in Systemen für die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung und hilft dabei, die Lichtemissionen von Windkraftanlagen in der Dunkelheit zu reduzieren. Die hohe Verfügbarkeit und Qualität des Netzanschlusses stellen wir durch die einfache fernwirktechnische Anbindung von digitalen Übergabestationen sicher, und zwar gemäß der technischen Anschlussbedingungen der jeweiligen Netzbetreiber. Beim Ausbau der E-Mobilität stellt die intelligente Verteilung von Ladepunkten und das Management von Lasten, Städteplaner, Netzbetreiber oder Industrieunternehmen vor große Herausforderungen. WAGO bietet Lösungen für das Lastmanagement, um Ladesäulen in das öffentliche und private Netz zu integrieren und Elektromobilität flächendeckend zu ermöglichen. Auch Energiespeicher werden zukünftig immer wichtiger, um Ladespitzen abzufedern. Sei es als netzdienliche Speicher im Verteilnetz, dezentrale Puffer für erneuerbare Energien oder in Ladeparks für Elektrofahrzeuge. Neben der Anschlusstechnik für Batteriespeicher bietet WAGO auch Lösungen für ein effizientes Management der Systeme. Zu guter Letzt ist es kein Geheimnis, Daten sind das neue Gold, das ist bei der Energiewende nicht anders. Deswegen bieten die WAGO Cloud-Plattformen als Datendrehscheibe Netzplanern, Assetmanagern und Anlagebetreibern die Möglichkeit, Energieflüsse zu optimieren und Wartungen vorausschauend zu planen. So gelingt die Energiewende mit WAGO.